Musik Iztitlöwe nach Flensburg zurückkehren, so formulierte es ihr Urgroßvater, der dänische König Christian X. im Herbst 1945. Nachdem ein umtriebiger Journalist die ungeordneten Umstände nach Kriegsende dazu nutzte, die Überführung des Denkmals aus dem besiegten Berlin in das befreite Kopenhagen zu organisieren. Herr Minister, Herr Oberbürgermeister, Herr Bypräsident, meine Damen und Herren, Tak for indbydelsen. Det er en stor glæde for mig at komme til Flensburg i dag og medvirke ved markeringen af Iztitlöwens tilbagevendelse til sin oprindelige plads her på den gamle kirkegård. Sehr geehrte Herr Minister, sehr geehrte Herr Oberbürgermeister, Herr Oberbürgermeister.